hey shaban grüß dich du ich flash immer noch mega auf unser cover was wir bisher haben also dass wir wirklich euer altes cover captain peng und du shaban nachgestellt haben wirkt schon sehr geil aber ich hab ich glaube da könnte ein bisschen mehr gehen ich habe ich habe eine idee wir könnten mal was ganz anderes nachstellen was noch mal so eine ganz andere ebene aufmachen würde sauntensiv wäre halt doch bescheid sag einfach ja